Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testpiloten. Mein Name ist Jens und ich bin Raucher und will damit aufhören und da gibt es halt auch eine ganze Menge Apps. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und mir die geilste App rausgesucht und die möchte ich euch jetzt auf meinem Handy zeigen. Nach dem Intro ist los. Willkommen auf meinem Handy. Ich bin auf dem Play Store und gebe ein Quit Now. Ihr braucht einfach bloß hier unter dem Video auf den Link klicken und dann kommt er hier auf die Seite und drückt hier auf Installieren. Soviel zur Installation. Fertig und öffnen. Dann gucken wir uns die ganze Mal an. Willkommen. Sie haben die schweren Entfernung getroffen mit dem Rauchen aufzuhören. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Zigaretten haben Sie täglich geraucht? Am Wochenende natürlich mehr. Wie viele Zigaretten waren in Ihrer Zigaretten-Schachtel? Was kostet Zigaretten-Schachtel? Jetzt muss ich lügen. Ich guck. 99. Circa. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Lass mich rechnen. 11. Na, weiter. Okay, weiter. Dann ziehe ich ein und mein Online-Backup. Nö, schick nicht. Also ich habe jetzt eingegeben, dass ich seit dem 20. um 0 Uhr nicht mehr rauche. Und jetzt hat die App einfach einmal durchgerechnet, dass ich schon 3,63 Euro gespart habe. Und hier steht wieder die zurückgewonnene Zeit. 1 Minute und 9 Sekunden. Ja, gucken wir uns mal die Erfolge an. Der stärkste Aufgeber, du hast 60 Minuten an Leben gewonnen und Saturday Night Fever. 10 Zigaretten nicht geraucht. Ach, hier oben ist auch noch was. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. 5 Zigaretten nicht geraucht. Dann gucken wir mal hier bei Community. Wir müssen unser Nutzerkonto noch aktivieren. Also werde ich mal in meinen Postfach schauen. Hier so sieht die E-Mail dann aus und dann hier einfach auf mein Nutzerkonto aktivieren klicken. So. Ihr Konto wurde erfolgreich aktiviert. Zeit Hallo zu sagen. Versuche ich ja schon eine Weile hier. Ja. Hallo. So, was haben wir noch? Hier unten können wir halt die Pro-Version holen. So, was haben wir noch? Hier bei Gesundheit. Risiko eines plötzlichen Todes ist gesunken. Geruchs- und Geschmacksnerven regenerieren sich. Ja. Normalisierung der Atemwegsfunktionen. Konditionen verbessert. Oh. Die Blutdruck, Pulsschlag und die Temperatur rein und Füße gehen langsam wieder in Richtung Normalwert. Kohlenmonoxic und Sauerstoff-Gehalt werden auf Normalwert. Na gut. Gut. Und hier unten seien Sie ein Pro. Mehr Erfolge, voller Chat-Schutz, Gesundheitscheck und ohne Werbung. Holen Sie sich 55 weitere Erfolge zum Freischalten. Ihre Nennung und Benachrichtigung in Echtzeit. Um ein gesunder Ex-Raucher zu sein. Weil ich denke, das coolste daran ist einfach, dass es keine Werbung gibt. Ansonsten 4 Euro ist ja jetzt wirklich kein Geld. Also könnte man sich schon holen. Mach ich jetzt aber nicht. Gut. Soweit zum Überblick. Ja, die App ist sehr übersichtlich. Da kann man echt nicht meckern. Wenn man denn möchte, also die App hat Werbung drin. Wenn man möchte, kann man die ausschalten, indem man einfach einmalig um die 4 Euro bezahlt. Das ist jetzt kein Geld, oder? Kann man ruhig machen. Ist ja auch für eine gute Sache, ja. Ich melde mich dann in 14 Tage einen Monat nochmal wieder. Und erzähle ich dann, ob die App mir dann Tatsache was gebracht hat. Oder ob ich dann schon ein Jahr weiter rauche. Genau. Seid gespannt. Und das Wichtigste ist, wenn ihr Erochen doof findet, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Erochen nicht doof findet, abonniert den Kanal. Und gebt uns einen Daumen hoch. Und wir freuen uns über einen Kommentar hier unter dem Video. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns auch wieder. Ciao. Ciao.